Nagendra-Sanar ist die Stellung des Nagendra. Nagendra ist die Bezeichnung von mehreren großen Heiligen und Yogameistern. Wörtlich heißt Nagendra auch der Herr der Schlangen, was bedeuten soll, dass jemand die verschiedenen Kräfte seines Unterbewusstseins transformiert, sublimiert hat und zum Positiven nutzen kann. Annika zeigt, wie Nagendra-Sanar ausgeführt wird. Beginne mit dem Fersensitz. Im Fersensitz komme auf die Zehenspitzen, prapada, und dann gib die Knie auf den Boden und hebe das Becken hoch. Dann gib die Handflächen vom Brustkorb zusammen, ohne dass die Hände den Brustkorb berühren. Das ist natürlich eine Stellung der Anbetung und der Verehrung. Eine Stellung, die du zum Beispiel einnehmen kannst, wenn du vor einer Göttermurti stehst oder auch vor einem heiligen Baum oder einem heiligen Ort. Nagendra-Sanar soll dich in eine Stellung der Ehrerbietung versetzen, dein Herz öffnen und dich erfüllen lassen mit göttlichem Segen und Gnade. Das ist eine Stellung der Ehrerbietung.